So Leute, da habt ihr ja scheiß Zelda. Ja, ihr wolltet ja alle, dass ich Zelda-Zelda-Zelda-Zocke. Und ich hab's erstmal schon dann nicht mehr gezockt. Und man hört bestimmt meine Maus, das ist mir gerade aber scheißegal. Und gut, es geht. Ich hab nicht weiter gezockt, weil meine Maus rumgesponnen hat. Also sie spinnt immer noch rum. Das heißt, wenn ich sie klicke, klickt sie nicht immer. Das heißt, ich könnte jetzt ein paar Probleme haben, aber ich mach's trotzdem für euch. Und ich glaub, wir waren im letzten Part im Sandtempel und haben dann diesen Lichtbogen bekommen. Und ich, ähm, schnell zum Zug. Schiene wartet sich ja schon auf uns. Wollte ich grad fragen, ich weiß nämlich nicht, wo wir hin müssen. Okay, wir müssen also zur Schiene hin. Oh, Schiene, wir haben den Lichtbogen. Ach ja, stimmt. Maradu ist erledigt. Yay. Gut, mit diesem Bogen können wir ihn besiegen. Ich will ihn nochmal. Ja, Schiene, sag uns, wo wir Maradu finden können. Ich weiß es nicht. No. What? What? Schiene. Ich habe versucht, sie zu finden. Und sie halten sich gut versteckt. Es gibt eine Möglichkeit, sie zu finden. Oh Gott, er ist ja bei uns. Dylok, du bist wieder wach? Stimmt, ist er bei unserem Team. Oh mein Gott. Wisst ihr noch, wo wir Maradu befreit haben? Unter dem Altar versteckt sich ein Gang. Der Lichtkompass, der dort versteckt ist, er führt euch zur Dämonen-Lok. Oh nö, D-Lok. Kommst du mit? Die Dämonen-Lok stand aus der Welt der Finsternis. Auch Glaze kannte ihren Aufenthaltsort nicht. Er ließ sich mit diesem Kompass mit der Kraft des Turmes erschaffen, sodass wir sie finden konnten. Der Kompass wurde mit heiliger Kraft erschaffen. Deshalb kann Maradu ihn nicht einmal anfassen. Er hat ihn wohl dort zurückgelassen. Danke. Ach so, sieh. Danke, danke. Lass uns gehen, Kirby. Wir müssen schnell den Lichtkompass finden. Hm? Hm? Wie er grinst. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Wieso nur ein Kuchen fährt. Warte, Kirby. Ich hab halt was für dich. Du könntest jetzt damit umgehen, denke ich. Ähm, was? Oh, oh. Oh mein Gott. Hilfe, Magie. Oh, cool. Ich krieg ein cooles Schwert, warum auch immer. Was ist das für ein Schwert? Das hier ist das Lokomo-Schwert. Es kommt direkt von den Göttern. Dieses legendäre Schwert hat bereits viele Kreaturen des Bösen besiegt. Ich übergebe es nun dir. Nutze es. Nee. Du bist der Richtige. Danke. Was ist von dir? Darf ich es auch nehmen? Danke. Kannst du die ganze Zeit so rumschweben? Boah, sind wir cool. Applaus. Du bist nun cool. Zelda. Kirby. Viel Glück. Danke. Würfe ich draufklicken muss, damit der Text mal weggeht. Oh Gott, ich hasse meine Maus. Das könnte jetzt echt lustig werden, sag ich mal so. Können wir bitte allein... Okay, ich dachte, wir können das vielleicht, ähm... Oh Gott, ist das kacke so. Oh Gott, nein. Ich bin mal ein bisschen vorne. Das wird jetzt wieder ganz lustig, wenn wir zurück wollen zum Turm. Aber es wird schon irgendwie funktionieren. Hoffe ich doch. Und ich hoffe, jetzt habe ich auch keinen Bock, den Weg wegzuschneiden, weil wir schon lange nicht mehr mitgefahren sind. Diesen wunderbaren Moment möchte ich nicht einfach, ähm... jetzt vergeuden, indem ihr ihn nicht seht. Das würde mich sehr traurig machen. Deswegen seid ihr jetzt... Oh, Hase. Den werden wir eh nicht kriegen, aber es mir... Klingt doch drauf. Okay. Hase, Hase. Oh, Hase. Nein. Es ist kack. Komm, komm schon. Oh, Hase. Ah, er ist entwischt. Scheiß Hasen. Mir doch egal, dieser scheiß Nebenquest. Können wir damit zurückfahren? Wohin kommen wir damit, wenn wir es abschießen? Irgendwas passiert doch damit, aber ich weiß nicht was. Haben wir es schon mal ausprobiert? Weiß ich gerade gar nicht genau. Okay, was passiert? Kommen wir zum Turm der Götter, bitte? Na nun? Da scheint sich nichts zu tun. Was das wohl ist? Aber sieh mal, dort erscheinen Buchstaben. Eine alte Schrift, ich kann nicht alles entziffern. Also, neues Tor, Dampfpfeife, öffnet von beiden Seiten. Das war alles, was ich verstanden habe, was das wohl bedeutet. Ich habe kein Problem, was das ist. Und ich gehe zurück. Ähm, ja... Schneller, bitte. So, Leute, wir sind dann auch endlich mal im Turm. Nach elf Minuten haben wir es auch mal geschafft, irgendwie ins Wetter zu kommen in der Story. Oder ja auch nicht, weil wir jetzt erst beginnen werden. Lohnt sich also immer richtig schön, das Ganze aufzunehmen. Oh Gott. Alles klar. Ähm, ja... China. China. Achso, sie ist bei uns drin. Sorry. Ich dachte, ich stehe da irgendwo rum, aber nee. Geht das schlecht? Okay. Das heißt, wir werden jetzt ganz weit nach oben rennen. Okay. Mal ein bisschen schneller diesmal, weil... Das ist eigentlich immer langweilig. Will wir einfach nur hier hochgehen? Da, 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 da. Oh Gott, Leute. Ich glaube, jetzt können wir ganz... Wie weit müssen wir jetzt eigentlich, äh, beim Turm gehen? Habe ich voll keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es muss sein. Ihr wollt ja unbedingt Zelda gucken, also... Kriegt ihr es auch? Da habt ihr es. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. Wow, was geht hier auf einmal so ab? Hilfe. Ich bin voll rum. Sind wir gleich mal oben, bitte? Ich glaube, gleich, gleich, gleich sind wir da. Gleich. Wie viel wir schon geschafft haben vom Turm, ne? Voll cool. Wenn wir jetzt einfach nur rumspinnen. Voll schön. Okay, wir sind da. Was ist dieses Zeichen eigentlich? Was macht das? Ich will ganz kurz gucken, was dieses Zeichen hier unten bringt. Bringt es uns das irgendwo hin? Gehen wir jetzt ganz nach unten? Oder ganz nach oben? Ich hoffe nicht nach unten. 20. 20. Stock. Okay. Alles klar. Das klingt doch schon mal gut. Oh, ich habe gerade irgendwas ge... Hallo, Ordner. Kannst gerne weg... Äh, wir werden weggehen. So. Ähm, gehen wir jetzt hier hoch und dann werden wir ganz viel Spaß haben mit den Phantomen. Wo sind wir? Müssen wir hier hin? Müssen wir hier hin? Da hinten kann man lang. Okay, ich glaube schon. Glaube ich. Vielleicht. War doch hier, ne? Ich glaube schon, wenn ich mich gerade recht erinnere. Soll ich mir doch eigentlich ganz... ...noch umgehen. Oh Gott, mein Hals. Und dann... ...weiß ich auch nicht. Aber irgendwas sollte es bringen. Das auf jeden Fall. Habe ich den schon? Ein Stempel! Ja. Puff. Oh, das war schön. Oh. 27.02.2014... Äh, 6... Warte. 24.02.2013. Ja. Wir haben so viele Stempel. Fällt mir gerade auf. War es das? Hat man denn nicht noch mehr? Ach, geh doch weg. Mein Gott, ich dachte, wir hätten mehr. Achso, ich muss auch irgendwie... Licht! Das ist hier auch... Licht! Okay, es bringt was. Das ist schon mal schön. Oder auch nicht. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich das mag. Okay. Maus, bitte funktioniere. Das wäre ganz nett von dir. Danke. Okay. 27... Nein, 29. Stock, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass sich unter dem Altar ein so großer Raum befindet. Lass uns dieses Abenteuer jetzt zu Ende bringen, Kirby. Gemeinsam schaffen wir es. Nein! Das sagst du doch nur, um mich zu ärgern. Auf dich ist verlassen, das weiß ich. Also, auf geht's. Nein, man kann sich auf mich nicht verlassen. Was ist das? In La... Was? Hör zu, Kirby. China hat doch gesagt, dass in diesem Schwert, das in ihm... Eine heilige Kraft ruht. Jetzt können wir die Phantome besiegen. Nun brauchen wir den Lichttropf nicht mehr. Ja! 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 Ein Traum! Das ist ein wunderbarer Traum. Okay, wo lang müssen wir... Nein, da kann man runter. Müssen wir da runter? Oder ich will jetzt mal hier unten lang. Voll schön, dass ich das kann jetzt. Okay, wir müssen da oben lang. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Einmal diese fetten Phantome besiegen. Ich wollte nichts anderes. What the fuck? Oh, ist das dunkel. Wir waren doch schon einmal in so einem dunklen Raum. Wie haben wir das denn dort gemacht? Oh, fuck you. I don't want to, but I have to. I don't want to. Ja. Oh, fuck. Okay. Warte, ich kann dich bestimmt besiegen. What the fuck? Der ist nicht einfach... Der ist... Der ist nicht gegangen. Der ist... Oh, man. Ernsthaft. Was kommt her? Okay, kann man schon mal nicht lang. Ja, woher soll ich wissen, wenn wir hier lang gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich... Äh... Wie haben wir das denn damals gemacht? Das weiß ich gar nicht. Hier kommt man nicht lang. Hier kommt man auch nicht lang. Oh, hier. Hi. Nimm es bitte. Da steht etwas geschrieben aus dem Dunkel, um es lesen zu können. Fuck. Könnte ich nicht einfach mit dem Lichtbogen irgendwie... Ach, nur ist gar nicht der Lichtbogen. Komm, Licht! Licht! Oh, Mann. Fuck. Das geht aber gar nicht. Ich meine, ich komme mir nirgendwo lang. Hier fiel... Leicht! Ne? Komm mal bitte einer her. So. Was auch immer wir jetzt machen, ich habe keine Ahnung. So, du. Ähm... Wie haben wir das denn gemacht? Das geht doch gar nicht. Ich meine, da kann man doch nirgendwo lang. Deswegen verstehe ich das doch gerade gar nichts. Wir müssen jetzt irgendwie mit... Ah, fuck. Falsche Taste. Mit... Oh, ich hasse meine Maus. Damit irgendwie... Irgendwo lang, aber... Wo lang? I don't know. I don't know. Ernsthaft jetzt? Ich weiß es nicht. Komm mal bitte her. Komm bitte her. Rufen. Komm her. Meine Fresse. Vielleicht müssen wir erstmal nach oben gehen. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was wir hier so machen können. Vielleicht können wir hier irgendwas tun. Kannst du nicht hier durchgehen? Ja, ne? Genau. Alles klar, dann gehst du hier wieder rauf, damit ich rüber kann, glaube ich. Genau. Ähm, und dann... Ähm... Das Dumme ist, dass hier jetzt einer langläuft. Egal. Stell ich mal bitte hier hin, damit ich rauf kann. Ernsthaft? Ah, diese Maus. Hat er kein Schild? Greif mal bitte an. Ähm... Achso, der Maus hat auch ein Schild. Ja, dann lass ihn in Ruhe. Dann möchte ich jetzt bitte auf meinen draufspringen. Achso. Ich dachte schon, das geht nicht mehr. Das wäre ziemlich doof gewesen. Ähm, okay. Dann wandern wir erstmal hier schnell rum. Ob ich keine Ahnung habe, wohin. Aber wir gucken einfach mal. Ähm... Da könnte ich abspringen. Das Dumme ist jetzt erst hinter uns her, ne? Fuck you. Oh, ich habe das doch gerade gemacht. Würdet ihr mich echt verarschen? So, und der Kunde ist auch tot. Danke. Schi, ganz schnell weg. Geh ganz schnell weg. Nein. Nein, nicht Chemtasia. Ich will hier raufspringen. Nein. Oh, ernsthaft? Jetzt? Was ist denn das für ein Kack? Ich drehe gleich wieder durch. Ich hasse Zelda. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, mit der Maus ist das echt kacke. Ja, komm her jetzt. Mensch, ich kriege schon wieder schlechte Laune wegen dieser... Wieso öffne ich denn immer Chemtasia? Ich will gar nicht Chemtasia eröffnen. Geh weg. Ich möchte gerne Herzchen haben. Herzchen. Oh, meine Güte. Echt jetzt? Mir, stell dich jetzt bitte da rein. Dann warten wir halt jetzt ins... ins Laber. Ins Laber. Oh, ich habe gesagt, du sollst da reingehen. So, bitte. Es geht ganz schnell vor... Der braucht aber auch so Jahre, ne? Mein Gott. Ist der behindert. Jetzt geh richtig weg hier. Sonst dreh ich durch. So. Dann lasst du mich jetzt bitte... Bitte. Nein, gar nicht. Ich wollte nur... Danke. Was ist, wenn ich das hier mache? Ich meinte, hier das hier. Das. Das da. Mit Zeit. Nein. Nein. Das sehe ich nicht ein. Oh, nimm doch das Herz mit. Verdammte Scheiße. Okay, alles klar. Bitte jetzt geh ganz schnell hier nach oben. Meine Güte. Rät mich mal nicht auf. Da kann einen aber auch nur aufregen, ne? Oh, ernsthaft jetzt? Nein. Oh, dann lass mich erst mal hier ran. Hallo, ich habe gesagt, lass mich erst mal hier ran. Damit ich hier runter kann. Verdammt, doch Scheiße. Schuhe das vor. Meine Güte, ist das kacke. Geh doch vorbei, meine Güte. Oh, ich kriege schon mit des Aggressionen bei diesem Spiel. Weil ich einfach keine Geduld habe. Ja, geh doch. Ah, gottchen. So. Oh, natürlich. Natürlich hast du jetzt was gehört. Nee, hast du nicht? Schön. Dann mache ich das ganz sanft und vorsichtig hier hin. Oh, ernsthaft. Oh, nein. Gut. Nein. Natürlich habe ich den gekriegt. So. Hallo. Oh, ich dachte schon, das sollte stehen. Ich wäre dann richtig durchgedreht, ne? Nee, bis gar nicht wie sehr. Danke schön, lass es mal funktionieren. Und wenn der jetzt schneller ist als ich, ne? Dann drehe ich aber auch durch. Ganz schnell hoch da. Aber ganz schnell. So, jetzt gehe ich hier ganz schnell durch. Danke. Danke. Sehr schön. Klappt doch. Jetzt sind wir also hier, ja? Oh, Geister. Oh, no. Please don't. Ah, gottchen. Was ist hier oben so? Geister. Oh, fuck you. Töte ihn. Ernsthaft? Jetzt. Oh, ich hasse dieses Dings da. I hate my life. Meine Fresse. Wir lieben die Dunkelheit. Schön. Ich nicht. Hier kann man nicht mal lang. Ja, wo lang soll ich? Komm mal her. Oh, es haut doch nicht ab. Doch. Okay. Hier kann man also lang. Ich glaube, ich bin ja gerade an keinem guten Platz. Achso, einmal nur rum geht's. Okay, wusste ich nicht. Gehen Sie bitte weg von mir. Danke. Kommen wir bitte hinterher. Danke. Ich möchte bitte ins Licht. Wir können hier noch irgendwie weitergehen. Dann kann man das Licht hier nehmen oder anmachen. Nein? Warum nicht? Wo lang muss ich denn? Oh, ich hasse es. Ich will einfach nicht weiß, wo man hin soll. Es ist doch total kacke. Es ist absolute kacke. Bitte dreh dich um. Bitte dreh dich um. Bitte geh woanders hin. Bitte, 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 bitte. Danke. Ich werde nämlich oben lang gehen. Wenn ich dann hier lang komme. Ach, kann ich auch nicht? Hä? Wo lang muss ich denn gehen? Ganz ehrlich. Dieses Spiel ist so kacke. Das ist so kacke. Hey, kann ich doch auch nirgendwo lang?